Bilder, die meinem inneren Ich aber richtig wehtun. Warum parken die falsch rum? Wer hat bitte diese Kante so gesetzt? Was ist mit der Tür passiert, dass die schräg drinnen ist? Und wieso ist dieser Fahrstuhl dreieckig? Bitte räum doch deine Ordner richtig auf. Nicht so. Warum passt die Brille nicht auf die Toilette? Das ist, glaube ich, der dümmste Spot für einen Basketballkorb. Wer hat die Herzblatt da reingesetzt, dass sie das nicht trifft? Wer seine Kopfhörer so reintut, ist wirklich eine Psychopathie. Es ist direkt neben der Toilette ein Aufzug. Warum trifft der Wasserstrahl nicht das Becken? Ich fass es nicht. Also diese Bleistifte finde ich echt gar nicht lustig.